hallo und willkommen zur neuen version von uboot lange haben wir sie erwartet jetzt endlich da ich müsste vor diesem video einen kleinen infotrailer zu dem patch rausgebracht haben ansonsten findet ihr die aktuellen patch informationen zum spiel auch unten in der video beschreibung bzw ein link auf die steam seite wo man dieses einsehen kann so ja das spiel hat ein großes update gekriegt und das bedeutet dass es wahrscheinlich so sein wird dass alle ja genau man kann es da unten sehen alle spielstände oder speicherstände von vorher sind komplett obsolet das heißt wir können das hier leider alles löschen aber warte man muss ich das alles manuell anklicken und jetzt kein bock darauf dass wir dann zu klicken scheiße so ok ja mein testboot was ich gemacht habe das habe ich gerade so gerade gar nicht weiter gespielt egal das wird erstmal nur alles gelöscht ich möchte ein vollkommen neues boot anfangen und damit um damit dann die die neuen features mal ausgiebig durchzutesten ja allen voran die uboot bunker die wohl in den häfen jetzt existieren sollen und ich möchte mir auch ganz genau jeden hafen angucken wirklich das muss einfach sein und ich glaube wir werden einfach mal anfangen um dann glaube dieses neue genau dieses um dann dieses ganz neue boot zu testen es gab ja bislang gab es nur u96 u552 564 559 und so weiter obwohl 559 weiß ich nicht ob ich das ob es das vorher gab jedenfalls einige von diesen booten 564 ich glaube ich kann mich daran erinnern dass ich die dass ich die so schon gesehen habe was aber definitiv neu ist ist er hier 48 das mit der schwarzen katze und ich weiß gar nicht ob dieses boot ob dieses boot das boot das berühmte boot ist was durch skaper floh durchgefahren ist ich glaube das war u47 irgendwie sowas ich bin mir gerade nicht gerade tatsächlich nicht so sicher dass in kieler werften gebaute u48 ist vor einigen monaten vom stapel gelaufen es wird nun daran vorbereitet in diesen turbulenten zeiten zu einer patrouille im nordatlantik aufzubrechen heute in den frühen morgenstunden hat eine groß angelegte invasion gegen polen begonnen also der aller frühste beginn des zweiten weltkrieges werden polens werden polens westliche verbindete nun vom deutschen reich den krieg erklären alle oben dazu sind angesichts der kommenden ereignisse angespannte okay die oboten u-boot flotte der kriegsmarin ist derzeit gelinde ausgedrückt überschaubar darüber hinaus ist die britische rollen wie zuversichtlich dass ihre sonatechnologie u-boote überflüssig werden lässt trotz all dem glaubt der befehlshaber der u-boote karl dönix also befehlt befehlshaber der u-boote das das ist das was in den filmen und so allgemein nehmen als bdu abgekürzt wird karl dönix ist das nämlich in person selber glaubt dass u-boote im fall eines umfassenden konflikts mit den weltmächtigen westmächten eine schlüsselrolle spielen könnten so das ganze ist gerade für mich so groß dass ich tatsächlich probleme habe mich zu konzentrieren ein bisschen ich möchte bitte mit realismus spielen so dankeschön so ja realistischer simulation sein bitte mit realismus so minimal fortgeschrittenen experte wie im leben wirkt die besatzung würdige besatzung eine gewisse aufmerksamkeit benötigen um ihr bestes zu geben wenn sich hierfür entscheiden werden sie einen zusätzlichen vorteil ausziehen ja wohl wollen wir wollen wir auf jeden fall so realismus steht jetzt auf 100 prozent das wird noch ein kleines bisschen anders werden weil ich mich noch ein kleines bisschen anders entscheiden werde maßeinheiten sind metrisch soweit ja okay also erst mal von audiosprache deutsch speichermodus normal ist ganz wichtig weil missionen mitunter sehr sehr lange dauern besonders fürs let's play deswegen speichermodus nur hafen ist eigentlich ja weiß ich gar nicht wann man sowas wenn würde ich glaube wenn man länger wenn man länger zeit hat denke ich mal so normal empfohlen die spielperspektive habe ich sonst immer nur auf ego gelassen problem an der sache ist wenn man nur ego perspektive anstellt kann man die verfolgerkamera für torpedos nicht mehr benutzen und einige andere kleine spielereien die für ja showzwecke wie ich sie ja nun mal für euch brauche ganz angenehm sind deswegen werden wir das auslassen und schon sind 95 prozent 5 prozent realismus weg so weil ich diese diese orbit ansicht die ist die ist einfach so zum zeigen ist die ganz gut fortbewegungs modus realistische dynamisch was habe ich denn macht immer wenn sie die art und weise wie entfernungen zurückgelegt werden sollen dynamisch die fortbewegung wird auf der karte wird automatisch beschleunigt bekämpfen wir dies wiederum automatisch reduziert ne fortbewegung auf der karte werden im realen zeitlichen verlauf dargestellt es wird sehr werden werkzeuge mit sehr hoher zeitkompression zur verfügung stehen um die 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 reisezeit zu verkürzen ok also das lassen wir mal auf realistische schwierigkeitsgrad ki ist schwer schwierigkeitsgrad nachschub ist schwer erweiterte matrosen dienstpläne bitte auch dienst an tiefenrotestationen ruderlage und reinigung aufgaben sind nicht konfigurierbar und rein ästhetisch ohne bedeutung für das spielsystem wir setzen legen die dienstpläne ruhig mal rein also einfach nur so falls man das mal später machen will ich habe das zwar noch nie benutzt aber man kann das ja eventuell nutzen sprich ganz gerade mannschaft schwer der schwierigkeitsgrad bestimmt wie schwierig ist die disziplin der besatzung über einen längeren zeitraum zu kontrollieren und den stress der besatzung in kampfsituationen zur kontrolle zu halten besonderen schwierigkeitsgraden bei hohen schwierigkeitsgraden kann es sein dass die ihrer erzbesatzung nicht genügend stress umgehen kann machen sich notizen lassen sie die matrosen die nicht diensttauglich sind bis sie am ende eine mannschaft von seewölfen haben genau das ist was wir in der besonders sonst immer versucht haben eine mannschaft zu generieren oder eine mannschaft dann am ende an bord zu haben die richtig was aushält die nerven aus stahl besitzt und die am liebsten gar nicht mehr das u-boot verlassen will so das wäre am liebsten also das wäre mit diesem sprich jetzt gerade definitiv noch ein weiteres ziel weil wir wissen ja das boot ist nur so gut wie die mannschaft die es führt ist so ist einfach so wenn der captain und die mannschaft scheiße ist dann kannst du das beste boot der welt haben dann funktioniert das alles nicht manuelle ziellösung manuelle ziellösung von torpedos einfach nur ja weil ich alles manuell mache maßeinheit finde ich ist ein kontroverses thema kann man sehr viel darüber diskutieren in nautische meilen und knoten das wäre glaube ich das realistischste die maßeinheit selber möchte ich trotzdem aber in kilometer und kmh stehen zu haben warum weil der kilometer die kleinere maßeinheit ist so und die kleinere maßeinheit bewirkt dass ich mathematisch automat automatisch mathematisch ein wenig genauer messen kann so weil man wenn man zwar grob formuliert mehr kilometer in eine spezielle distanz rein kriegen würde als nautische meilen so und damit lassen sich kurse und dergleichen ein wenig besser anpeilen es lassen sich distanzen ein bisschen besser anpeilen deswegen möchte ich eigentlich das metrische system behalten auch wenn die nautischen meilen glaube ich realistischer wären so zusätzlich muss man dazu sagen dass die geschwindigkeit der torpedos tatsächlich in kmh angegeben ist auch wenn man das nautische meilen system verwendet das ändert sich leider nicht so und wenn man dann versucht eine torpedoziellösung zu errechnen manuell zu errechnen und das muss man ja nun mal wenn man hier diese manuell ziel lösung hat muss man das mal hin und wieder tun so dann ist es ein bisschen umständlich von nautischen meilen noch extra auf kilometer bzw kilometer pro stunde zurückzurechnen das ist dann so eine umrechnerei die man nicht benötigt also machen wir lassen was direkt alles in metrisch dann müssen wir nicht in nautischen meilen umrechnen so also ich umgehe das dann diese umrechnerei gerne ein bisschen wenn man schon irgendwas berechnen muss manuell ich meine taschenrechner bei überall rumliegen koordinatenstil klassisch oder dezimal würde ich immer auf klassisch lassen also in in nördliche breite bzw westliche länge oder irgendwie sowas ist es glaube ich habe ich das richtig gesagt ich glaube ja also in grad minuten und sekunden angegeben dass das netz was so das koordinatennetz was die erde umspannt im wesentlichen das ist mit dem klassischen koordinatenstil dann so gemeint ein bisschen wie beim gemüsehändler von nebenan wenn in dem einkaufsnetz so eine apfelsine drin ist ungefähr so stelle ich mir das gerne gut ja lebensmittelverwaltung was ist das jetzt habe ich noch nie gesehen einstellungen fest ob eine lebensmittelverwaltung im spiel vorhanden sein soll sorgen sie dafür dass immer genug nahrung bei einsätzen mitgeführt wird ist die option deaktiviert wird ihre mannschaft keine nahrung benötigen es wird zudem nicht möglich sein lebensmittel vom hafenlager zu erhalten okay missionsabschluss aktiviert wenn kraftstoff ausreicht ja ja kann man sagen wenn der automatische missionsabschluss aktiviert ist bietet das spiel eine automatische rücke in dem hafen an nachdem die missionsziele erfüllt wurden es wird empfohlen diese einstellung zu verwenden es sei es sei denn sie sind auf der suche nach einem nach einem umfassenden spielverlauf eines ube kommandanten so das würde ich eventuell für ein privates spiel ausmachen ich werde fürs let's play beziehungsweise für alles andere werde ich jetzt anmachen beziehungsweise anmachen wenn kraftstoff ausreicht so und der kraft wird ausreichen weil ich werde die maschine wie immer redundant fahren dann kollisionsschäden okay brauche man nicht weiter zu diskutieren wenn man gerammt wird kriegt man schaden heißt man muss sich vorammstößen von irgendwelchen fracht in acht nehmen torpedoversager realistisch halb realistisch oder einfach nee das können wir schon realistisch machen torpedoversager realistisch lese es kurz vor torpedopistolen haben fehler die den historischen aufzeichnungen entsprechen wenn ein torpedo mit einem aufschlag zünder das ziel in einem hohen winkel trifft wird er nicht detonieren so das heißt wir müssen die richtigen torpedos einpacken und die richtigen zünder verwenden gut ist realistisch machen wir so die den eigenen erkennungsstatus ausblenden ich habe sehr lange mit dem eigenen erkennungsstatus gespielt das let's play was ich in letzter zeit nee den den stream den ich in letzter zeit u boot immer sonntags 19 uhr gemacht habe da habe ich das ausgeschaltet und ich glaube ich bin damit auch ganz gut gefahren sodass ich sie jetzt den eigenen erkennungsstatus mal auslasse realistische bilge kann man anlassen realistische erdkümmung kann man anlassen also bilge ist quasi unten der satz wasser der sich unten im boot sammelt dass die bilge dann realistisch ist es ist darauf achten nicht zu viel wasser in der bilge zu sammeln dass ich das negativ aufs verhalten des bootes auswirkt ist klar wenn du wasser in der bilge hast wie die kiste schwerer muss man nicht großartig lange drüber nachdenken dunkle nächte das werde ich ausmachen ganz einfach ich möchte es ja ich möchte euch ja etwas zeigen so und das spiel ist ohnehin schon ziemlich dunkel wenn man taucht und mein obs hat ohnehin schon probleme die verschiedenen blauschattierungen irgendwie zu erfassen das ist jetzt schon ein problem wenn man die dunklere nächte an macht und sieht man de facto gar nichts mehr so und deswegen muss ich das ja aus kameratechnischen gründen auch machen ausmachen auch wenn der realismus ein bisschen darunter leidet schwierig kann es gerade beschädigung schwer die einstellung bestimmt wie schwierig es sein wird potenzielle lecks an ihrem boot zu schließen je höher dieser schwierigkeit desto umfangreicher sind die lecks in der schiffshülle je nachdem nachdem das boot beschädigt wurde wenn sie nach realismus streben wird die mittlere einstellung empfohlen jede dieser einstellung kann potenziell eine realistische sein es gibt nur begrenzte daten um diese behauptung zu untermauern kann man sich also denken so also stellen wir das auf mittel zurück dann spielen wir jetzt bei 88 prozent ja das meiste was ich jetzt umgestellt habe ist tatsächlich um es um das let's play beziehungsweise um den stream ein wenig zu erleichtern und schwierigkeitsgrad beschädigung mittel ich weiß aus zuverlässigen quellen und heißt aus eigener erfahrung dass selbst bei einer mittleren einstellung man einen einzigen wassereinbruch auch nur einen sekundenbruchteil falsch behandeln muss und das boot säuft bereits ab deswegen lasst euch von diesen einstellungen nicht zu sehr verwirren wenn ihr in dem spiel unerfahren seit stell das ruhig auf einfach zurück glaubt mir es ist schwer genug weil man muss erst mal darauf klarkommen erscheinungsbild des kommandanten genau da habe ich ja komplett statt vercheckt schoko kaffee entschuldigung was möchte ich denn haben körperform korpulent nein nein der ist dünn und ein bisschen muskulös wird er nicht so ein bisschen so korpulent wieder nicht korpulent anwenden ich bin nie korpulent gewesen ähm kleidung pullover 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 ja genau so ein komischer so ein fransenfummel hier ich will aber nicht so ein fransenfummel ich will dass der captain mal was vernünftiges trägt mal wenigstens kampfanzug aus d nehmen okay also jeansstoff jacke mit blauem hemd ledermantel blau da kommen wir noch schon wieder ledermantel blau mit pullover jacke marine grau mit gürtel ne marine blau mit gürtel jacke grün lästiges hemd gestreift oh mann der kummer der kommt von karibischen inseln oder was ja lästiges hemd rot gekleidet der kommt gerade aus dem wald vom holz hacken der auch okay es gibt tatsächlich ein paar schöne neue klamotten die wir den leuten anziehen können das ist jetzt nicht so irgendwas hochgestochen ist aber tatsächlich kann man auch mal ein bisschen einen charakter designen sehr schön sehr schön ich glaube da möchte ich aber dem dem kapitän möchte ich glaube ich etwas offizielles geben weil er der captain ist ich glaube so eine blau mit dem mantel blau schwarz jacke schwarz mit blauem hemd soll ich dem die jacke geben oder diesen ledermantel ich will dir ans leder du mantel du ich tendiere zu diesem offenen ledermantel mit fernglas accessoire 1 fernglas sehr geil aus accessoire 2 sonnenbrille im ernst wie geil ach die sonnenbrille alles klar die sonnenbrille wenn er sein eisernes kreuz kriegt das sein sein seine erste richtige auszeichnung wenn er sein erstes eisernes kreuz richtig kriegt dann kann er von mir ist eine sonnenbrille kriegen momentan brille im pilotenstil ehrlich was gibt es denn die augenklappen die sind ja nämlich wir geben erst mal eine pfeife einfach nur so weil sich das irgendwie weiß ich es gehört irgendwie für so ein seemann finde ich gehört eine pfeife dazu irgendwie irgendwie finde ich das gut so hose hose mit hosenträgern hose mit gürtel hos mit gürtel ist genauso mütze ist die schirmmütze des kommandanten ja ist auch der kommandant bordmütze tellermütze die kann er nicht nehmen weil das für die unteren dienstgrade sind ok lederhaube 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 mütze mit bommel mit mit bommel das heißt oh das heißt wenn man in einem nörd in nördlicheren gefilten unterwegs sind könnte man dann theoretisch der mannschaft so plömmel mützen gedöhnt geben da mit so einem plömmel um drauf ist ja suche schirmmütze kommandant komm du lässt mal deine deine kommandanten mütze mittelscheitel kurzes haar gekämpftes haar seitenscheitel gelocktes haar gelocktes haar nein ich nehme glaube ich das normale kurzer so bad leichte bad stoppeln das passt mir sehr gut haarfarbe muss ich leider umstellen ist bei mir nun mal so hautfarbe irgendwas in angemessen kreideweiß oder so so ein gesundes schulkreideweiß nein gut gesichtstyp typ 13 ja die sehen alle so ein bisschen egal aus ich glaube die die sieht ja aus ok also diese tatsächlich sehen die mir alle so ein bisschen egal aus ich glaube ich nehme trotzdem die 12 bapapapapä was nehme ich denn wie wie nennen man den jetzt daten ja dann ist halt torgimm so quatsch torgimm einen Nachnamen eingeben Lass mir gerade mal einen Nachnamen einfallen Was für ein... Was liegt denn hier so an Zeug rum? Ich muss mir jetzt einen einen Nachnamen aus den Fingern sorgen Was habe ich denn hier zu lieben? Wiesenhof Ne So ein Mist Norma Hier liegt eine Norma Plastiktüte rum Scheiße Ne Gib ich hier jetzt das Nachname ein Jetzt bin ich so gerade Hat mich das Spiel so ein Stück auf dem falschen Fuß erwischt Dann nehmen wir einen Stilisierten Stilisierten Nachnamen So Stilisierten Nachnamen Untertitelung des ZDF, 2020 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 auf jeden fall jetzt so wenn ich etwas so dran gucke das sieht schon geil aus das sieht schon geil aus schön unsere schrauben und so der anlage und das achtere torpedorohr dass man da sehr schön in der mitte sehen kann dann die vorderen die müssten hier direkt sein da sind sie die oberen sind gar nicht mal ganz unter wasser sehr schön sehr schön ja dann gehen wir damit auf fahrt dann möchte ich einmal schauen wer denn jetzt hier überhaupt so vorhanden ist warte mal man gebe mir hallo menü dankeschön menü mannschaft es gibt einen mannschaftsbutton ok torgeben dem ist ich was habe ich denn ich kann kochen das stimmt sogar ich kann wirklich kochen so gutes spiel gutes spiel ansonsten unterstützer was gibt es denn hier für sachen erstmal ich bin befehls aber ist klar dann fokus offizier kann feindliche schiffe per u zu schnell enttarnen dadurch kann die ziel lösung ermittelt werden das kennen wir bereits okay artillerist schießt mit der kanone und gewähren genauer im manuellen mödus erhöht sich die rückschluss stabilisierung kennen wir auch dann kartenspielen persönliche fertigkeiten wenn der offizier in der kommandzentrale eingesetzt wird das stressniveau auf dem boot um zehn prozent verringert und um jede und und um weitere zehn prozent für jeden matrosen der diesem offizier zugewiesen ist oh 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 das ist aber das das ist viel besser als die letzten persönlichen fähigkeiten da haben sie was dran getan das ist sehr schön ja unterstützer was haben wir da wenn der stress anbaut während einer alarmsituation zum ersten mal auf 100 prozent ansteigt macht die anwesende heißheit der besatzung mut es gibt keine negativen ausbekommen das kennen wir bereits okay die anderen drei die können wir noch nicht lesen ist uns dann gerade ein stück egal aussehen könnte man hier theoretisch noch verändern wo man gerade aber nicht so was habe ich denn hier du bist ein ingenieur nicht will erst mal meinen 1wo angucken 1wo hallo so du bist kurt hoffmann hoffmanns kurt hallo kurt ohne helmut ohne gut du bist taucher jetzt das ist auch gut das ist vollkommen okay für einen 1wo dann kann man den nämlich mal auf taucheinsätze zu versunkenen oder anderen gedöns schicken ohne probleme dann erledigt ihr die tauchvergänge zum beispiel auch die tauchvergänge aus den kampagnen missionen um 50 prozent schnell das ist sehr schön kannst zudem länger überleben wenn eine ständige luftversorgung nicht gewährleistet ist das heißt wir haben das in einem einem in einem der letzten let's place von mir haben wir das gesehen ich hatte einen taucher unten wurde überrascht musste mit dem boot weg fahren mir ist der kerl fast fast abgesoffen so und bei ihm ist dieser dann wohl dieses überleben des fast absaufens noch ein bisschen länger gewährleistet sehr sehr schön so das ist der übliche fokus das hat man das hat man das hat man alles klar dann muss ich dir nicht weiter vorlesen so zurück Karl-Heinz Schuster du bist unser Funk-Obermar du bist der Funke was hast du für Fähigkeiten du bist Händler du bist unser Händler alles klar ich glaube ich glaube da möchte ich dich lange Zeit an Bord lassen es sei denn wir finden einen weiteren Händler einen Ingenieur oder einen weiteren 1wo der Händler ist das kommt dann aber darauf an er kann als Funker gleichzeitig auch Sanitäter werden das heißt er ist sowieso schon Sanitäter er kann das aber nochmal als Perk kriegen Offizier kann medizinische Hilfe leisten ohne einen Ex-Hilfe-Koffer zu verwenden mit Koffer kann er doppelt so schnell Erste Hilfe leisten muss ich nicht erklären Ex-Hilfe-Koffer sind Verbrauchsmaterial die kannst du nur im Hafen nachtanken Ja weiß ich nicht wie stark sinnvoll das ist weil so großartig viele Verletzungen hatte ich jetzt an Bord nicht entweder stirbt man direkt oder es gibt nur ein oder zwei Verletzte und dafür hat man eigentlich immer einen Koffer dabei deswegen Ja mal gucken ob wir das brauchen oder nicht Wobei es können sein dass wir das brauchen weil es hat sich die KI geändert ich will nichts ich will nichts beschreien wir sind bislang recht stabil so überall durchgekommen Es hat sich die KI geändert wir fahren in einen vollkommen Einen vollkommen neuen Krieg rein Quasi So Erfahren am Funkgerät könnte er sein Offizier hat eine langjährige Erfahrung im Umgang mit dem Funkgerät und kann sowohl nachts Nachrichten 33% schneller empfangen und senden verhindert dass man natürlich entdeckt wird beim senden brauche ich auch nichts weiter zu sagen ist eigentlich super Gutes Gehör Offizier hat schnitznisch von Stunden am Hydrofon verbracht kann Geräusche unterscheiden und kann auf längere Entfernungen hören braucht man dringend Und das werde ich wahrscheinlich sofort skillen sobald er in irgendeiner Weise ein Stufen Upgrade hat und Level Up hat So und Händler Ja er kriegt halt beim Händler alles ein bisschen günstiger das heißt mit dem Karl Heinz gehen wir gleich ins Handelskonto und werden da einkaufen weil er alles ein bisschen günstiger kriegt Sehr schön dann haben wir dann auch Wen haben wir denn jetzt hier die Ingenieure Horst Weber ist ein Ingenieur und Michael Kott Michael Knot Knotens Michael So du bist Maschinist das heißt du hast irgendwas mit Toppedos eventuell zu tun Okay mal gucken Also Ingenieur Spezialisten für die Bedienung, Wartung und Reparaturen, alle Gerätschaften an Bord Fast die wichtigste Klasse auf dem Schiff So das ist Motorenspezialist Der Ingenieur weiß bestens wie man Dieselmotoren auf U-Booten bedient Es kommt kein sichtbarer Rauch aus den Motoren Wenn der Offizier an den Motoren arbeitet Die Chancen dadurch entdeckt zu werden sind erheblich verringert Wenn ihr Boot einen Schnorchel verwendet ist dieser weniger sichtbar Generell Eine gute Idee Besonders eine gute Idee Wenn man häufig mit Zeitverlauf fährt und mit Autopilot fährt Wenn man das Perk nicht hat Kann man es umgehen indem man früh auf die E-Maschine schaltet Dann braucht man Dieses Perk nicht Ist also eigentlich immer so ein Ja immer so ein Risiko So ein bisschen Ich hab es eigentlich nie verwendet Bislang Vielleicht wird das ja jetzt eher sinnvoll So Handwerker Alle anfahrenden Reparaturen werden 25% schnell errichtet Brauche ich nicht zu erklären Dass das eines der wichtigsten Perks im Spiel ist Sollte eigentlich jeder Ingenieur haben Wiederverwertung Ingenieur kann in der Werkstatt aus Schrott Ersatzteile herstellen Ist auch bedingt sinnvoll Habe ich bislang noch nie so wirklich gebraucht Weil ich immer eine Tonne Ersatzteile am Start hatte Glaube es könnte aber sehr sinnvoll sein Wenn man gerade alle in Ersatzteile verbraten hat Und ein bisschen mehr Schaden gefressen hat als üblich Kann das unter Umständen schon mal ganz schlau sein Gründliche Überprüfung Der Offizier führt sorgfältig Wartungsarbeiten an Torpedos aus Beseitigt damit vollständig das Risiko Das Zündset zu versagen Die Zeit in der sie gewartet wurden Verlängert sich um 25% Ein ähnliches Perk Gab es im letzten Patch Und es war verbuggt Bin ich gespannt Ob das jetzt nicht der Fall ist Ob das Ob es jetzt funktioniert oder nicht Heißt wenn es funktioniert Super Wenn es nicht funktioniert Relativ stark für den Arsch Gut Dann Mechaniker Der Ingenieur sammelt den Schrott aus abgeschlossenen Reperturen ein Das heißt hier damit kann man Den Schrott einsammeln Mit dem man in Wiederverwertung benötigt Quasi das heißt die beiden Perks Die beiden Fähigkeiten ergänzen sich Sozusagen Und somit ergänzen sich auch die Die Ingenieure dann Man braucht theoretisch nur einen Ingenieur Der wiederverwerten kann Und die restlichen sammeln mit Alle diesen Kram ein Zum Beispiel So Bei Alarm Wacht mal Mechaniker Bei Alarm Wenn der Offizier in der Kommandozentrale eingesetzt wird Überwacht er zusätzlich komplexe Instandhaltungsarbeiten an den Geräten des Bootes Werden dem Offizier Matrosen zugewiesen Verringern sich die zu erwartenden Schäden Um 5% Uh okay Das heißt man kann ihn Man kann dieses Perk ein wenig zur Schadensbegrenzung einsetzen Das ist hochinteressant Und dass der Händler hochinteressant ist Brauche ich auch nicht weiter zu erklären Hihi Schön Ja sehr schön Oh Gott Ich glaube wir haben ein schönes Ein sehr sehr schönes Offizierssetup gekriegt Und ich bilde mir gerade auch ein Dass die Grafik allgemein ein bisschen schärfer ist Irgendwie so Ich hoffe dass das Irgendwie mit auf meine Aufnahme Mit drauf kommt jetzt Gut Unteres Perk Der Läufer Der Läufer Der Offizier ist immer in Eile Sowohl beim Gehen als auch beim Laufen Ist er 10% schneller Brauche ich nicht zu erklären Dass es absolut cool ist Die oberen haben wir gerade erklärt Alles klar So Den Rest hier Den kennen wir leider überhaupt nicht Weil das alles irgendwelche Dumpfbacken sind Äh Die wir so zugeteilt bekommen haben Dann werden wir dann jetzt sehen Was dazu alles abgeht Der Rest von denen hier Die bleiben einsatzbereit an Land Die gehören mit zur Mannschaft Aber sie sind nicht auf der Fahrt mit dabei Gut Einsatztrupps Einsatztrupps Achso Da kann man Okay Da kann man irgendwie diese Dienst Trupps Die man bei den Dienstzeiten irgendwie Hinzufügt Kann man das irgendwie machen Okay Ja gut Werden wir uns später drum kümmern Möchte ich jetzt gerade nicht machen Weil ich möchte ja erstmal Dass wir überhaupt loskommen Ähm Wacht mal jetzt Erstmal Möchte ich glaube ich Wissen Ja Warte mal Der Kapitän Der kann sich direkt mal irgendwie Oben ans Von mir aus gehe ans Beobachtungspräskop Oder sonst wo hin Wo ist der denn eigentlich Der Kapitän Er ist hier Ach der ist auf der Laterne gespawnt Oder was Ähm Du willst mich verarschen Der Kapitän ist auf der Laterne gespawnt Er ist auf der Laterne gespawnt Warum ist der Kapitän auf der Laterne gespawnt Es ist nicht zu fassen Ähm Kann ich den irgendwie Kann ich den irgendwie Ins Bett schicken Der besteht jetzt Ein bisschen vorspulen Lass mal schauen Ob er jetzt Diesen Kartenspielstand Erreichen kann Ne kann er nicht Fuck Jetzt kommt er von der Laterne Nicht mehr runter Ich brech tot zusammen Äh Was mach ich denn jetzt Okay Gar nichts erstmal Wie ich sehe Äh Weil das Problem muss ich lösen Sonst muss man das Boot eben neu erstellen So ein Fuck Das gibt's überhaupt nicht Wieso Wieso hab ich So ein Geiles Glück Dass mir genau Sowas passiert Es ist doch nicht zu fassen Ähm Ja So Du gehst mal bitte Hierher Genau Und diese kleinen Bildchen Sind zugewiesen Matrosen Das ist auch richtig Weißt du was Ich stelle ihn mal auf Hinlaufen Zum Tisch So Dann speichern wir gleich ab Und laden das Spiel neu Und eventuell Wird er dann An diesen Kartenspieltisch Teleportiert Vom Großen Allwissenden Spielanweiser So Was ist das da eigentlich Für ne komische Kiste Ach geil Im Trockendock oder was Fihihi Alles klar Im Trockendock Ja sehr schön Ist mir da gar nicht aufgefallen Mhm So Ja du bleibst da oben Ne Auf deiner Laterne Er steht mit seiner Laterne Und seine Laterne mit ihm Äh Warte mal Wer von euch War das der Michael Das war tatsächlich Der Michael Pass mal auf Du brauchst mir meine Torpedos Die Brosse gar nicht zu warten Sondern du Kommst mal bitte mit Mein Freund Weil ich möchte nämlich Dringend Uah Oh Eine neue Animation Wie man durch dieses Loch kommt Sehr sehr schön Sehr sehr schön Genau Ja Dann machen wir mal Das Look auf So Bewege mich zum ersten Mal Durch ein Boot Was vollkommen neu Designed worden ist Die Klappe sieht auch Irgendwie anders aus Alles sieht ein wenig Ein wenig Überarbeitet aus Also überarbeitet Im Sinne von Geschliffen Und erforderlich Kommandant Ja der Kommandant Der steht da oben Auf der Laterne Äh Tut mir das leid Kollege Da musst du so lange warten Es gibt's nicht Ne Wenn das gleich viel schlägt Dann mach ich den ganzen Senf Einfach nochmal Ich hab's ja auf Video So Ähm Was haben wir da Da haben wir dieses Doofe Altmetall Das Könnte man eigentlich Verhältnis 2 zu 1 Das heißt Das sind Theoretisch sind das 5 Ersatzteile Wenn man so will Ich hab' ja keinen Bock Diese Ersatzteile Zu verwenden Ich möchte eigentlich Torpedos auftanken Und zwar ja hinten Die Torpedos sind drin T2, T2, T1, T1, T1 Das sind alles nur so Dumpfbacken Torpedos Alles nur so Brötchen Torpedos T1, P1 Die T1er die kosten sogar Richtig Geld Da kommen wir noch einen T2er mit Ist gerade auch alles Relativ egal Könnte ich mir ein bisschen Mehr Munition Fürs Deckelschützen mitnehmen Und für die Flak Wenn mir dazu einfällt Tank mich erstmal auf Genau Gegenstände Vier Stück Kabiner kann man uns noch nicht leisten Ich möchte aber Diese Atemgeräte Möchte ich sehr gerne haben Etwas mehr davon So Lebensmittel Lebensmittel Brot Dosenbrot Dosenbrot macht Wangenholt Genau So Dann ein bisschen mehr Fleisch Natürlich Und irgendwie so exotischen Gedönskram Exotischen Gedönskram Sehr schön 50 Stück Ja Wenn man mal feiern will Gut Okay Da sind noch 40 von den Dingern Dann Ein Sonnenteil Ein Sonnenteil Und dann war es das eigentlich auch schon Mehr kann man jetzt gar nicht mitnehmen Jetzt auf der ersten Fahrt Müssen wir tatsächlich sehr 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 aufpassen Wirklich sehr 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 aufpassen Dass wir nicht zu viel Schaden nehmen Wir haben nur 5 Ersatzteile Normalerweise habe ich immer 25 Ersatzteile Weil jeder von den Offizieren auch noch mal Ein Stapel Ersatzteile am Start hat Aber das ist ja jetzt alles nicht der Fall Die sind ja alle druckfrisch die Jungs So Boot aufrüsten Brauchen wir gar nicht rein zu gucken Wir können dann eigentlich eh noch nicht aufrüsten Aber Angeforderte Ausrüstung werden unverzüglich installiert Bevor der erste Einsatz erfolgt Genau So Und jetzt möchte ich mal Ja mal versuchen Ob Ob die Sache mit dem Kommandanten dann Hinhaut oder nicht Das bedeutet Er will schon Rohr 1 laden Okay dann geht er mal wieder zurück Hier kommen Bevor irgendwas schief geht mein Freund Er will Rohr 1 laden Gut dann soll er Rohr 1 laden Ist mir egal Soll er von mir was machen Mein Segen hat er auf jeden Fall Kann man den Nicht irgendwie Teleportieren lassen Er will sich ja dorthin Bewegen Manuell Es wäre aber schön Wenn es eine Möglichkeit gäbe Ihn irgendwie dahin Beamen zu lassen So wie das letztens Passiert ist Weil hin und wieder Werden vom Spiel Offiziere Teleportiert Wenn der Laufweg zu kompliziert ist Oder zu komplex ist Dann wird ich einfach so Schwupp an die Stationen gesetzt Die Anlage besetzen Ne Er versucht es Aber es geht nicht Irgendeinen Schalter umlegen Ne Und das Uzu geht auch nicht Ja Leute Das ist ein bisschen doof Dass ich genau so was Jetzt erwische schon wieder Das muss Karma sein Okay Ja wir machen einfach mal Neues Aufkommen Tor Tor Gim Nummer 1 So Einfach nur so Um das 0 1 zu Charakterisieren Dann möchte ich Hoffen Dass er Wenn ich ihn jetzt Abgespeichert habe Mit dem Ziel Karten zu spielen Vielleicht spielt er ja Karten Wenn ich das Spiel Nochmal neu lade Ähm Ja falls nicht Sehen wir uns Im Äh Im nächsten Video Wieder Äh Weil ich das dann Alles nochmal Neu erstellt habe Bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal